Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativkiste.de. Ich wurde gefragt, ob ich nicht mal etwas zu Zählern machen kann. Mache ich sehr gerne. In diesem Video wollen wir mit dem ersten Taster zählen und mit dem zweiten Taster resetten. Das Ganze sieht so aus, dass wir als allererst natürlich mal einen Testeblock brauchen, denn wir müssen ja einen Taster abfragen. Dazu nehmen wir einen Digital Read und bei mir sitzt der jetzt am Pin 2. Ich habe jetzt hier von dfrobot, habe ich Taster verwendet. Die passen genau auf diese Platinen hier zum Stecken, muss man nichts extra vertraten. Jetzt frage ich also meinen digitalen Pin 2 ab und muss jetzt aber logischerweise irgendwas damit machen. Als allererstes brauche ich wie so oft eine Variable, eine analoge Variable und nenne die einfach mal Zähler. Wichtig natürlich auf das Ä verzichten. Und anstatt jetzt hier einfach einen Wert zu nehmen, brauche ich eine mathematische Operation, Operator. Und sage Zähler, ich klone mir das Ganze, plus 1. Damit wird bei jedem Tasterdruck der Zähler um 1 hochgezählt. Jetzt habe ich diesen Taster noch nicht entprellt. Entprellen mache ich nochmal ein Video, habe ich schon mal gemacht, aber mache ich nochmal eins speziell zu. Zu der Arduino Block Version von Let's Go Ink. Genau. Zum Entprellen nehme ich jetzt einfach eine Warte Millisekunde Block und zwar mit 500 Millisekunden. Sprich, wenn der Taster gedrückt wird, muss er innerhalb von einer halben Sekunde losgelassen werden. Wobei wir hier einfach auch eine Sekunde machen können. Schauen wir uns nachher gleich an. Damit zähle ich jetzt bei jedem Tastendruck den Zähler plus 1 hoch. Der Vollständigkeit halber nehme ich diesen Zähler, mache den Wert 0 und setze den in mein Setup-Teil. Das klar ist, der Zähler hat am Anfang den Wert 0. Einfach nur der Vollständigkeit halber. So, jetzt möchte ich auch wissen, was passiert. Deswegen nehme ich jetzt einen Serial-Print, setze den direkt hier oben ein und nenne jetzt diesen Text, es wird plus 1 g zählt. So, laden wir das Ganze einfach mal kurz hoch auf den Arduino. Und öffnen dann, wenn es hochgeladen ist, unseren Serial-Monitor. Dann drücke ich jetzt mal den Taster. Genau, es wird plus 1 g zählt. Also sprich, der Taster wird abgefragt. Jetzt sieht man auch, wenn ich den Taster gedrückt halte, dann wird jede Sekunde 1 g zählt. Drücke ich zweimal kurz nacheinander oder dreimal. Passiert nichts. Zum Entprellen sage ich noch was. Wenn ihr jetzt eine Lichtschränke oder so etwas habt, könnt ihr natürlich auch ein bisschen weniger nehmen. Also, jetzt zählen wir schon mal plus 1. Jetzt möchte ich natürlich auch das Ergebnis von meiner Zählung sehen. Deswegen kopiere ich mir diesen Serial-Print-Block einfach hier runter und nenne das Ganze aktuell. Mache noch ein paar Striche hin, aber finde ich, weil man es dann besser sieht. Dann gehen wir zur Kommunikation und brauchen hier unten ein Verbinde. setzen den Textblock ins linke Feld rein, klonen uns den Zähler und laden das Ganze hoch. Damit ihr diese Blöcke hier findet, die ich gerade habe, müsst ihr natürlich die Grundlagenblöcke hier oben aktivieren. Öffnen wir den Serial-Monitor. Jetzt sehen wir im aktuellen 0. und bei jedem Tasterdruck hier unten wird dann plus 1 gezählt. Es wird angezeigt. Jetzt sieht man auch die Pausezeit von einer Sekunde und wird dann eben hochgezählt. Jetzt wollen wir das Ganze ja noch resetten. Dazu klonen wir uns den ganzen Block hier einfach, schmeißen das Serial-Print gleich mal raus, weil das brauchen wir nicht. Ich habe jetzt meine Reset-Taste an Pin 4 angeschlossen und anstatt hoch zu zählen, setzen wir den Wert einfach auf 0. Den Block hier löschen wir und als Text wird nicht plus 1 gezählt, sondern es wird auf 0 gesetzt. So, damit haben wir auf 0 gesetzt. Hier machen wir eben die 500, denn wenn ihr hier doppelt gezählt wird, wäre ja nicht schlimm. Laden wir das Ganze mal hoch, öffnen dann den Serial-Monitor wieder. Dann sehen wir aktuell 0. Wenn ich jetzt zähle, bin ich jetzt eben hier bei 4. Reset, es wird auf 0 gesetzt, es wird auf 0 gesetzt. Was jetzt nicht so schön ist, wenn ich jetzt drücke, kommt der Text, es wird auf 0 gesetzt und es wird gewartet. Alternativ hier könnte ich noch, um es richtig schön zu machen, bei den logischen Operatoren ein und verwenden. und sage, wenn der Taster, also wenn Digital Read 4 gedrückt wird und die Variable Zähler 0 eben nicht, brauchen wir nochmal einen logischen Operator, vergleichen und klonen uns den Zähler und klonen uns die 0 rein. Laden es ganz schön mal hoch. Wenn jetzt also die Variable quasi auf 0 ist, dann sollte der Taster gar nicht abgefragt werden. Wir sehen jetzt hier also, aktuell sind wir wieder bei 0. Jetzt kann ich also hier wieder plus 1 drücken. Dann wird auf diesen Taster zurückgesetzt, aber wenn ich den Reset-Taster jetzt drücke, passiert eben gar nichts. Erst wenn überhaupt eine Zahl angekommen ist, erst dann wird auf 0 zurückgesetzt. So, jetzt wollen wir es mit den Zahlen aber auch noch eine Kleinigkeit machen. Ich mache es mal ein bisschen kleiner. So, da leh. Jetzt wollen wir ja, sagen wir, bei 5 eine Nachricht bringen. Wir klonen uns diesen Block hier wieder, schmeißen das raus, nehmen aber hier unsere Ist-Gleich-Verbindung. Wenn Zähler ist gleich 5, also wenn wir bis 5 hochgezählt haben, dann setze bitte automatisch auf 0 zurück. Das lassen wir drin. Wir klonen uns einfach kurz das Textfeld und schreiben hier, es sind 5 Punkte erreicht. Und laden das Ganze einfach mal auf den Armin hoch und öffnen wir nach dem Hochladen wieder unseren Serial Monitor. So, was passiert jetzt? Ich drücke jetzt hier meinen Taster. 1, 2, 3, 4 und 5. Und dann seht ihr hier gleich, da war es, es wird bloß 1 gezählt, es wird auf 0 Punkte gesetzt, es wird zurück und es sind 5 Punkte erreicht. So, damit könnte man jetzt also eine Spielstandsanzeige oder irgendwas anderes bauen. Ich muss also, um eine Zähle auszulesen, einfach einen Teste-Block nehmen. Können ihr natürlich auch sagen, wenn es größer als 5 ist oder irgendwas anderes, auswählen. Genau, zum Entprellen mache ich nochmal einen Text. Sorry, dass ich ein bisschen erkältet bin. Aber das ist ein ganz einfacher Zähler mit Ardu-Block in der Let's Go Inc. Version. Allerdings gilt das hier für jede Ardu-Block Version. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachbauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.